Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fresh Start. Ich habe so leise die Vermutung, dass wir auf unserer letzten Map angekommen sind. Das werden wir vielleicht noch in der Folge herausfinden. Mal schauen, mal schauen. Und wo meine Roboter hin sind, das weiß ich leider auch nicht. Mein Wasser ist leer. Das ist natürlich optimal. Dann kann ich eh mal zurücklaufen. So, einmal da. So, das braucht es. Achso, da will ich mein Zelt hinstellen. Ah, ja. So. Und einmal das. Und wir haben ein Feuer Schienen entzündet. Sehr gut. So. 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 Die Kühe wollen den Salat. Ne, die nicht. Die noch, die noch, die noch. Füttere die Krähen damit. Das sind aber keine Krähen, Leute. Das sind Kühe, die ich jetzt damit gefüttert habe. Ich habe jetzt die Kühe mit den Salatköpfen gefüttert. Krähen sind das keine. Vielleicht ein Übersetzungsfehler irgendwie. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Set. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier mit water. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich wollte gerade sagen, was blinkt denn hier noch so? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh stopp, da hinten habe ich doch einiges vergessen Dann schauen wir uns das nochmal an Jetzt sind wir ja fast soweit Oh, wir haben Storch bekommen Ähm, stopp, hier ist noch einer Da ist noch einer So Ähm, äh, äh Nochmal ein bisschen Wasser Ich würde fast vermuten, wir haben es alles Wir schauen mal, fast 99%, das ist ja gut Zelt Zelt ist gebaut Repariere die Holzbrücke Was für eine Holzbrücke? Ah, hier Ah, hier Tadaa So, dann sind wir fertig Ähm, jetzt ist nur noch die Frage Wie wir nach Hause kommen Was soll ich das tun? Na, meistens leuchtet das ja, wo wir hinmüssen Doch Ah, hier zum Lagerfeuer Wow Oh Ach, das sind alle Tiere, die wir je gesehen haben In unserem, äh In unserer Rundreise, ne? Aber jetzt ein bisschen gruselig, dass die alle jetzt hier mit bei uns am Lagerfeuer sind Herzlichen Glückwunsch Du hast alle Tiere gerettet und die Natur geheilt Danke, dass du Fresh Start gespielt hast Ja Dann würde ich sagen, haben wir es durch Es war auf jeden Fall ein echt cooles Spiel Ich würde mir öfter sowas wünschen Und vielleicht auch mal länger so Ich, klar, es waren jetzt ein paar Folgen Aber, äh Ich hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt Hätte ich ja noch so ein paar Stunden mit verbringen müssen Also Ich fand's voll okay Vielleicht hätte man das noch ein bisschen mehr ausbauen können Dass, äh, man im Prinzip Auch seine kompletten Sachen aufleveln kann Ich will jetzt mal schauen, ganz kurz Was so die ganzen Errungenschaften sind Die man vielleicht noch freischalten kann Und dann hätte ich das Spiel komplett Ähm Fortfahren Ja, das ist unsere Karte So, ganz kleinen Moment So, dann schauen wir mal Also, es gibt insgesamt 28 Errungenschaften Und wir haben 17 davon Was fehlt uns denn zum Beispiel? Funny Oh Gott, mein Herz Ähm Family Affairs Finish Rail Station Nee, das haben wir ja gemacht Finish Poland Haben wir doch auch gemacht Perfektionist 100% Ja gut Das ist halt schon mit Pet Paul Okay Ja, mein Gott, aber Mir reicht das vollkommen Ähm So Da haben wir auf jeden Fall Wieder ein schönes Spiel durchgehabt Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar Unter dem Video da Wie ihr das Spiel denn gefunden habt Und ob ihr euch das auch holen würdet Und ob ihr euch, was so Spiele angeht Noch mehr wünschen würdet Und lasst auf jeden Fall mal ein Abo für mich da Falls ihr das Ganze noch nicht getan habt Weil das unterstützt mich doch dann sehr Mein Gott, ich sehe jetzt, dass die Tiere alle am Weinen sind Aber warum? Ist doch überall schön sauber jetzt Ja gut Wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal Macht's gut Ciao